Achso, es ist ja gelb. Schau die ganze Zeit, da drückt. Wohne wie vorhin das Geld steigt. Und Abmarsch. So. Die Katze mag wieder quengeln. Warum weiß ich nicht? Wie soll ich froh sein, dass ich überhaupt wieder da bin? Selber schuld, dass ich weg war. Hast du zugenommen, wo ich weg war? Siehst du fetter aus. Das mag jede Frau hören. Sag das mal eure Frau, wenn ihr wiederkommt. Rest in Peace 2017. So, die Ampo unterstützen wir uns auch. Sehr viel Werte sind noch. Boah, da muss doch so Unmengen an Geld verlieren gerade, kann ich selbst. So, wenn ich dann denke, was ich für die Dinger bezahle, ich bezahle doch garantiert genauso viel. Ich hätte gerne so eine Autorekrutierung. Also, wir haben ja auch gleich noch Bier und so ein Zeug. Jetzt haben wir ja das benötigen Güter dafür. Ich glaube, mein Dings war voll. Mehl ist fast leer. Das heißt, wir kaufen noch ein ordentlich Weizen dafür. Oh, er hat kein Geld mehr. Das ist super. Darauf haben wir die ganze Zeit drauf hingearbeitet. So, wir brauchen die Soldaten verlieren und dann ist er am Arsch. Keine Ahnung, wo der hinschießt. Trotzdem welche verloren, schade. Aber das ist halt so. Ohne Verluste geht's halt nicht. Im letzten Spiel war es auch so, dass mein Mauszeiger weg war. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe manchmal blende ich mir aus, wenn er stillsteht, aber er war wirklich tatsächlich nicht mal aufgenommen. Ich glaube, mein Aufnahmeprogramm spackt ein bisschen rum. Oh nein. Sind ineinander gebaut. Das Schwein wittert Gefahr. Das Schwein wittert Gefahr. Los. Wir gehen einfach mal rein. Das ist wahr. Ich weiß gar nicht, warum man alles wird, was der Umkreis ist. Das stört mich überhaupt nicht. Ich kann jetzt auch gerade nicht mehr raus, weil er das tot zugemacht hat. Und gleich fallen schon die ersten. Was für eine Soldatenverschwendung. Schieß da hin. Nein, du schießt ihn doch lieber auf die da hinten. Gründe? Keine Ahnung. Macht einfach Spaß. Irgendwas ist er unten kaputt gegangen. Die schwarzen Mönch hier wird da. Die schwarzen Mönch hier wird da. Na, mein Asak. Die war ein Mutiger. Die war ein Sturm. Herdschung, 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 Herdschung. Herdschung, Herdschung. Herdschung, 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 Herdschung. sicherlich bringt sie noch mal kurz ab nicht so die arbeit wurde eingestellt mal laut nantabr er kann mit der riech ihr könnt auf uns zählen nach nur auf ok sie ist gar nicht natürlich ich glaube wir haben uns eigentlich so weit geschafft ich könnte ruhig mein königsverunternehmen ich glaube nicht dass es noch viel entgegengesetzt werden es werden rekruten benötigt sei eine nachricht vom schwein wir stehen zu euch die schützt sind schon ausreichend denke ich mal es werden rekruten benötigt sei das ganze geld in britten einsetzen dann über schwein da mal wieder zwei missionen geschafft tatsächlich in kurzer zeit so So, ich werde es ziemlich zum Ende bringen müssen, alles hier. Mir geht die Zeit, mir läuft die Zeit davon. Mal wieder. Das kennen wir ja schon, das Problem. Ja, 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 werden es. 133, die Zeit davon. Die schwarzen Mönche sind sei mit Ihnen. Die Arbeit wurde eingestellt, malort. Euer Gnaden? Wenn es dann immer noch an was fehlt, komme ich mit Meuschelmördern. Über 100 Leute, die schaffen es nicht, die abzufangen, bevor sie dran sind, vor allem. Wollte ich nur mal anmerken. Genau, die ersten Teile müssen eigentlich alle auf die Fliegen. Ich habe keine Ahnung. Wie soll ich das machen? Ja, ich bin noch ein paar Stunden, die mit mir suchen. Wie soll ich das tun? Das ist eine Ahnung, ich muss mich nur anbergen. Und dieser Turm ist eigentlich schon verloren. Der ist so gut wie leer. Und jetzt gehts ans Geld. Der letzte Verteidigungsring, das Geld. Wir müssen nur aufhalten, die sind gefährlich für uns. Stehts ja vor allem immer weiter raus. Naja. Schieß doch erstmal auf die hier vorne. Die sind irgendwie immer versessen auf den Bergkrieg zu geschießen. Ich weiß nicht warum. Ich bin dabei für die Kirche leer haben. Schönen. Das war's. Eine Nachricht vom Schwein. Schwein gehadet! Schwein gehadet! Schwein gehadet! es werden rekruten benötigt sei und vor allem wenn ich die wechseln werde ich gleich wieder antreffen ich werde das verkaufen damit wir gleich wieder weiter töten können es werden rekruten benötigt sei es werden rekruten benötigt sei noch mal so ein kriterien als gleich kein verteidigungswert mehr in sachen geld dann kann er sich gar nicht mehr schützen die arbeit wurde eingestellt momentan funktionstüchtig mein oberen kaum noch brot nicht so gut ein glück produzieren jetzt wieder es werden rekruten benötigt sei soll doch die türme langsam wieder besetzen jetzt sind doch wahrscheinlich wieder er zeitleiter zauber der andere schützen hat nicht vom schwein die schweinekeule will ich unbedingt haben werde ich mir zu holen vielleicht dass ich in meinem leben wenn ich diese leckere schweinekeule krieg allerdings hat er seine zehn jahren gehabt er kann sie behalten jetzt geht sie doch richtig los muss man die türme erstmal wieder leer machen ich sollte sie einfach zusammenführen also getrennt sind sie nicht unbedingt effektiv vor allem in der defensive kann er auch keine güter produzieren wenn ich weiter produziere haben wir ja vorhin auch gemerkt kommt das wieder mit seinen abrufschützen raus dieser held wird er gerade so effektiv einsetzt so wie man sie einsetzen sollte das ist doch saublöd so sind die nämlich nicht meine richtige bedrohung wow da steht überhaupt mehr verhältnis was ich jetzt verliere zu dem was er verliert eine nachricht vom schwein das schwein wie gemein darfst du nicht angreifen so das war's mit ihm und das sollte er für keine ahnung aber so lange wenn wir darunter schießen würde auch keine andere schützen ausdrücken können anscheinend doch egal wenn wir jetzt noch welche verlieren er verliert mehr nämlich sein leben so jetzt haben wir noch hier mit diesem blöden der herr ist alle gegenwärtig wird auch noch zu kämpfen haben Gott vergib mir ich bin Gott sei mit ihm das war ein paar sehen mit den tasten 1 äh f1 bis f12 könnt ihr eigentlich solche sachen den leuten sagen aber ja ist eigentlich vollkommen nutzlos nachricht vom schwein nachricht vom schwein wieder eine mission geschafft gewonnen sieg 500 verloren war es war auch eine schwere geburt das war das war wirklich für